Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Workshop aus dem WinLab. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mithilfe so eines Mikrocontrollers, das ist ein Adafruit Flora, und solchen kleinen einnehbaren Neopixel, das sind RGB-LEDs, ein cooles E-Textilprojekt realisieren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß! Für unser heutiges Projekt nutzen wir den Adafruit Flora, das ist dieses kleine Board und dort gibt es einen Zugang über USB und wir benutzen drei Pins, das ist einmal für den Strom, für Ground, also die Erdung und die Nummer 6 für unseren heutigen Code, den wir später gemeinsam drauf spielen werden. Was wir dann zusätzlich noch brauchen, sind diese einnehbaren Neopixel, das sind ansteuerbare RGB-LEDs, die diese Ösen an den Seiten haben, dass sie mit elektrisch leitfähigem Garn in den Stoff eingenäht werden können. Dann benötigen wir elektrisch leitenden Garn. Dann brauchen wir diese Alligator Clips, um nachher zu überprüfen, ob unser Board funktionstüchtig ist, bevor wir es dann in unseren Stoff einnähen. Dann benötigen wir einen USB-Anschluss, um das Board mit dem PC zu verbinden. Wir brauchen Nagellack, das erkläre ich euch nachher, wofür der benötigt wird. Dann brauchen wir natürlich Nadel und Faden und zum Schluss nicht zu vergessen auch noch unser Textil, in das wir unser Projekt einnähen wollen. In diesem Fall benutzen wir heute einen Tonbeutel dafür. Dann nehmen wir uns unser Flora-Board und verbinden dieses mit dem Computer über den USB-Zugang. Nun das Arduino Programm, das wir zuvor auf unserem PC oder auf unserem Mac installiert haben. Als erstes gehen wir dazu oben in der Menüleiste auf Werkzeuge und klicken den Bibliotheksverwalter an. Dort geben wir in unserer Suchmaske das Stichwort Adafruit NeoPixel ein. Hier seht ihr es, bei mir ist das jetzt bereits installiert. Wenn ihr das noch nicht installiert habt, könnt ihr hier auf Installieren klicken und das Ganze dann wieder schließen. In dieser Bibliothek befindet sich der Code, den wir nachher auf unser Flora-Board spielen wollen. Der wird hier von Adafruit für die Arduino Software bereitgestellt. Als nächstes gehen wir auf Datei Beispiele und dort müssten wir dann Adafruit NeoPixel Strand Test finden. Das einmal anklicken und dann wird der Sketch hier reingeladen in unser Programm. Ich hatte das vorhin bei dem Microcontroller im Bild gezeigt, dass wir heute den Pin 6 bei unserem Flora-Board benutzen möchten. Also in diesem Fall müssen wir hier im Sketch nichts verändern, die 6 bleibt stehen. So, dann können wir einmal hier oben auf diesen kleinen Haken links klicken. Das wird dann entsprechend der Sketch kompiliert und wird überprüft, ob das alles funktionstüchtig ist. So, steht jetzt hier Kompilieren abgeschlossen. Wir haben also alles richtig gemacht. Als nächstes gehen wir nochmal auf Werkzeuge, auf Board und auf Board Verwalter. Wenn wir dort angeklickt haben, öffnet sich wieder so ein Fenster mit einer Suchmaske. Da geben wir oben das Stichwort Adafruit Flora ein und suchen das Ganze. Hier auch wieder bei mir bereits installiert. Falls das bei euch nicht der Fall ist, einmal auf Installieren drücken. Ihr seht hier die verschiedenen Boards von Adafruit, unter anderem das Adafruit Flora, das wir brauchen. Wir schließen das Ganze dann wieder, gehen dann nochmal auf Werkzeuge und können dann das Board auswählen, indem wir auf die Adafruit Boards klicken und das Adafruit Flora auswählen. So, jetzt sind wir fast soweit und können einmal nun versuchen, den Programmcode auf unser Board zu spielen. Dafür drücken wir einmal auf diesen Pfeil hochladen. Und hier unten steht jetzt hochladen. Wir müssen kurz einen Augenblick warten, bis das Ganze hochgeladen ist, bis dieser Ladebalken hier bis zum Ende durchgelaufen ist. Und dann müsste es auf dem Board ankommen. So, wir sehen jetzt eine Fehlermeldung. Das passiert durchaus gelegentlich. Wir schauen uns das mal an. An dem ausgewählten Port konnte kein Board gefunden werden. Okay, gut. Dann werden wir jetzt einmal schauen. Wir gehen nochmal auf Sketch. Auf Werkzeuge gehen wir einmal und schauen uns den Port an. Hier bei Port müssen wir natürlich den Adafruit Flora auswählen, damit das auch entsprechend auf das Gerät übertragen wird. Hier können wir dann noch einmal auf Hochladen drücken und schauen mal, ob es jetzt funktioniert. So, das sieht ganz gut aus. Hochladen abgeschlossen und der Programmcode ist damit auf dem Board gespeichert. Wir können nun das Flora-Board einmal vom Computer wieder trennen, indem wir den USB-Anschluss abstöpseln und werden nun mit Hilfe der Krokodilsklemmen testen, ob unsere Neopixels mit dem raufgespielten Programmcode funktionieren. Dazu verbinden wir einmal die drei Pins, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Wir brauchen Ground. Das nehmen wir hier mit der grauen Alligator Clip. Dann haben wir den Strom mit Rot. Das ist dieser untere. Und wir haben den Pin Nummer 6. Den machen wir hier in unserem Fall einmal mit Grün. Dann nehmen wir uns eine unserer Neopixel und verbinden dort entsprechend. Also Grau, Ground geht auf Minus. Da ist ein kleines Minuszeichen neben dieser kleinen Öse. Das wird dort einmal herangeklemmt. Dann nehmen wir als nächstes hier Rot. Also unseren Strom für Plus. Das wird da angeklippt. Und Grün. Die grüne Klemme schließen wir einmal an, an dem Neopixel, wo der Pfeil in Richtung der LED zeigt. Nun können wir das Ganze einmal ausprobieren, indem wir den USB-Anschluss wieder einstecken und eine Powerbank anschließen zum Test. Jetzt müsste unsere LED, also unsere Neopixel, leuchten in verschiedenen Intervallen, verschiedenen Farben, die in dem Programmcode hinterlegt sind, die man auch noch individuell anpassen kann in einem weiteren Schritt. So, nun wissen wir, dass unser Programmcode erfolgreich auf das Floraboard transferiert wurde. Und es geht nun ums Einnähen des Ganzen. Zum Vernähen der Komponenten benötigt man dann elektrisch leitendes Garm. Die meisten elektrisch leitenden Garne sind mit einer Legierung aus verschiedenen Metallen ummantelt, etwa Silber, Kupfer oder Zinn. Und der Kern besteht in der Regel aus Baumwolle oder Polyester. Ich habe hier in dem Projekt Karl Grimm Garn verwendet. Das ist ein Silberfaden mit einem Kunststoffkern. Wir fangen dazu in der Mitte an, also zwischen dem einen Pin und dem Neopixel, und dem Neopixel, um dann hinterher, wenn wir das Ganze verknoten möchten, nicht am Pin direkt knoten müssen, sondern in der Mitte auf unserem Textil knoten können. So, hier starten wir nun mit dem Ground und nähen einmal mit dem elektrisch leitenden Garn hier den Pin Ground an unser Textil fest. Das Ganze wird jetzt so, wie wir das gerade mit den Krokodilsklemmen getestet haben, entsprechend vernäht. Also Ground geht zum Minus der Neopixel, der Strom, also die erste Öse unten, geht zum Plus beim Neopixel und Pin 6 geht zum eingehenden Pfeil auf der Neopixel. So, wir können dann mehrere Neopixel einnähen. Wir haben hier in unserem Beispiel, was ich euch zeige, erstmal zwei Neopixel eingenäht. Dann ist es so, dass wir von der ersten eingenähten Neopixel eine zweite hintendran nähen. Also sprich vom Minus der ersten müssen wir zum Minus der zweiten, vom Plus der ersten zum Plus der zweiten und von dem ausgehenden Pfeil zum eingehenden Pfeil der zweiten. Ganz wichtig ist noch, dass man beim Vernähen der einzelnen Bauteile wie unserem Mikrocontroller und den dazugehörigen Neopixel darauf achtet, dass die Garnstrecken nicht gekreuzt werden. Das würde dann zu unerwünschten Verbindungen führen und gegebenenfalls auch zu Kurzschlüssen. Wenn doch irgendwo mal eine Strecke gekreuzt werden muss, dann kann man bestimmte Teilstrecken isolieren, zum Beispiel durch geeignetes Isolierband im Kreuzungsbereich, was dann von innen auf das Textil aufgeklebt werden kann. Oder man kann auch zur Isolation die Garnstrecken mit Textilkleber von hinten überschichten oder auch gegebenenfalls mit normalem Garn übernähen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Knoten der Kontaktierung sich nicht so schnell lösen, kann man ein Tröpfchen durchsichtigen Nagellack auf die Verknotungen auftragen, aufpinseln und dadurch kann ein Lösen oder Lockern verhindert werden. So, wenn das Ganze dann vernäht, verknotet, mit Nagellack fixiert ist, dann ist unser eingenähtes Projekt auch schon fertig. Und dann können wir ganz gespannt hier wieder unsere Powerbank über den USB-Anschluss anschließen und schauen, ob alles auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir das Ganze jetzt wie hier in so einem Turnbeutel oder Rucksack integriert haben, dann können wir einen kleinen Schnitt machen und das Kabel zu der Powerbank quasi nach innen legen, so dass wir die Powerbank im Rucksack mit uns tragen können und das Projekt dort jederzeit an- und ausschalten können. Das Gute an diesem Flora-Board ist, es hat auch einen Schalter, das heißt, wir müssen nicht die Stromquelle kappen, sondern wir können direkt über den Schalter am Board unser Projekt ein- und ausschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es einen neuen Workshop aus dem WinLab gibt. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst bitte gerne ein Abo da und schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Bis bald, tschüss! Bis bald, tschüss!